Einen wunderschönen guten Tag mal in den Letzt Willkommen mit seiner neuen Folge von Wolong, Fallen Dynasty. Ich habe das Gefühl, es geht in einen Bosskampf. Trink! Hör auf und trink, denn es gibt keinen anderen Weg. Wir, 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 Prosperity for all. Eee? Song... Zhao, General des... Oh, fuck. Okay. Wir müssen seine Angriffspattern angucken. Hoppala. Ui. Haben wir nicht erwartet. Was ist das denn? Ei, ei, ei. Aua. Wait a minute. Da haben wir noch Blitze. Komm, haut rauf da. Hoppala. Ja, der hier spielt mit Blitzen, ha? Alter. So, Damage macht er ordentlich, ne? Nochmal hier. Das Yad ein bisschen verstärken. Ah, fuck, ey. Oh, schön abgewehrt. Sehr gut. Oh, boy. Heilen. Danke. Was ist jetzt los? Er plant etwas. Ja, oh, shit. Aber was denn? Aber ich kann mich schon nicht mehr heilen, ey. Motherfucker. Junjan, ich muss, ich will dir helfen, aber... Na, komm. Hilf dem Burschen. Sehr gut. Hoppala. Hoppala. Fuck, ich kann mich nicht mehr heilen und ich bin tot. Aber ich hab ihm doch die Hälfte noch abziehen können, insgesamt. Vernichtende Niederlage. Ich geh dir gleich. Vernichtende Niederlage. Katze, du sitzt auf meiner Maus drauf. Komm. Geh mal ein bisschen weg da. Hm. Geh mal nochmal rein. Okay. Okay. Na dann. Na dann. Spiel du ruhig mit deinen Blitzen. Hoppala. Boah, deine scheiß Blitze, ey. Ja, ich will ja zurück, aber er trifft mich immer mit seinen scheiß Blitzen. Ist ja das Problem. Und das war schlecht. Hat sich herausgestellt. Aha. Ach, herrje. Das kann ja was werden. Das kann ja was werden. Na dann. Hab ich was vor heute, hä? Nein, da. Hallo. Guck mal, wenn er das da macht, dann kannst du wenigstens mal zuschlagen. Sehr schön. Oh fuck, was? Aber das macht, macht das Damage oder nicht? Ja, das macht Damage. Ah fuck. Alter. Tun Jan hat's auch schon wieder erwischt, hä? Lass mich dir helfen. Freund. Okay. Es kommt jetzt schon wieder Blitze, okay. Alter. Mach nochmal. Och boy. Nochmal den. Okay. Fuck. Sag mal. Hallo? Oh man. Das war jetzt nicht so gut. Wollte eigentlich das hier machen. Und jetzt Sieg-Kombo hinterher. Heilen kann ich mich schon nicht mehr. Ist super, wirklich. Was hat er gemacht? Keine Ahnung. Fakt ist, ich will zuschlagen. Komm. Come on. Oh fuck. Nicht gut. Oh ja. Das war gut. Problem ist, ich kann den irgendein... Mann, du sitzt schon wieder auf meiner Maus, Katze. Komm, geh mal weg da. Problem ist, du kannst den nicht betäuben, damit du mal so einen Finisher oder so machen kannst. Oh man. We go again. Na komm, Zhang Zhao. Okay. Sehr gut. Das war nicht sehr gut. Okay. Mach mal den. Ja, ich wollte doch nur meine Combo raushauen. Hallo? Sind jetzt, äh... Ja, da auch. Oh ja. That's how we like it, ne? That's how we like it. Na komm. Sehr gut. Ja, scheiße. Not gut, ha? Was macht er jetzt? Er soll ruhig planen. Was bringt's ihm? Richtig. Nichts. Der Storffs für mich zum Zuschlagen. Das gibt's für ihn. Hoppala. Den Angriff kann man wenigstens gut abwehren. Oh ja, jetzt. Guck mal. Wunderbare Sache. Und haut rauf, die Combo. Was kommt jetzt? Okay. Oh, fuck. Heilen. Danke. Ich muss dem Burschen da helfen. Shit. Oh nein. Was kommt jetzt? Oh yes, baby. Hilf ihm mal. Sehr gut. Ach du, deine Blitze. Ist okay. Nein. Oh nein. Ich hab zu früh gedrückt. Oh, das war so ein guter Versuch. Ich hab sogar noch zwei Heilungen übrig gehabt. Ach, scheiße. Ja. We go again. I guess. Okay. Mach da wieder die Blitze. Okay. Ah, fuck. Das ist nicht gut. Ah, shit. Die Blitze. Komm, mach mal den da. Oh. Heilen. Danke. Ach, direkt. Nochmal. Mach mal den. Ja. Sehr schön. Okay. Der Kollege ist wieder kaputt. Sehr gut. Hilf ihm mal. Alrighty. Okay. Okay. Oh, fuck. Nein. Ich hab's wieder verkackt. Dieses Mal aber nicht. Ja. Ich hab mich heilen sollen. Ich hab gedacht, dass ich ihn vielleicht noch, äh, so betäuben kann, dass ich, äh, der Match machen kann. Aber gut. Na ja. Oh, ich versuch. Mach die Blitze, okay. Oh boy. Mach mal Blitze, okay. Es ist, oh, normalerweise die Möglichkeit zum Zulschlagen. So mag ich das doch. Komm mal her. Oh, fuck. Nein, 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 nein. Heilen. Danke. Ach, da hat er einen Sandsturm oder so. Was macht... Oh, er ist auf Sun Jan gegangen. Warum nicht auf mich? Alter. Okay. Der blöde Rundumschlag, ey. Nochmal, komm. Ach, shit. Nochmal, oder was? Ja, komm, Sun Jan. Ja, ich war mitten in der Animation gefangen. Ist geil. Wirklich. Super. Oh, Mann. Na dann. Neuer Versuch. Muss vielleicht meine Zauber ein bisschen mehr benutzen, weil die bringen mir wahrscheinlich... bei ihm hier... auch nicht so verdammt viel. Alter. Ja, vor allem bin ich dann in der Animation gefangen, wenn ich die Zauber mache. Ah, Mann, ey. Ich habe mir überhaupt schon... Ja, ein bisschen habe ich ihn getroffen. Okay. Äh. Fuck. Ja. Nicht gut. Nochmal den. Ach, shit. Sun Jan. Ja. Und schon wieder tot. Ach, das ist doch bescheuert. Das ist ja wirklich dumm. Mann, ey. Naja. Neuer Versuch. Na, komm mal her. Okay. Mach deinen Scheiß. Komm. Sehr gut. Oh, fuck. Ist das nicht sehr gut? Alter, ich habe eigentlich einen Zauber aktiviert, aber es ist okay. Was war denn hier? Oh, fuck. Da wieder die Blitze. Okay. Ich muss, äh, Sun Jan eigentlich helfen. Hier, komm mal. Ja, gut. Und wieder... Alter, das ist ein One-Shot. Ein One-Shot. Das ist einfach dumm. Bin ich ehrlich. Das ist einfach dumm. Dumm. So, lele. Neuer Versuch. Ich habe, äh, mir noch was überlegt. Ich habe mich einen Cut gemacht. Ähm, ich habe das gestern angefangen und heute, also wirklich heute, jetzt 13.47. vom 15.03. Ähm, habe ich mir gedacht, komm, ich ändere nochmal die Gottbestie und nehme den King Long nochmal. Wegen der Heilung. Weil ich glaube, das könnte in so einem Fight halt noch sehr nützlich werden. Hier ist noch eine Truhe, die ich nicht geöffnet habe. Ja? Beinschienen-Talisman. Was the hell ist das? Äh, machen wir hier die Brandbümbelchen und dann gehen wir wieder rein zu unserem neuen Freund hier. Hauen wir ihm aufs Maul. Na, komm. Voila. Okay. Sehr gut. Hey, 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 hey. Halte ich mich? Oh, fuck. Ich habe mich gar nicht geheilt. Shit. Habe ich denn jetzt gemacht? Sun-Chan ist schon tot. Perfekt. Sarama. Geht's noch? Naja, perfekt. Lass mich doch den Kollegen da bitte heilen. Hello. Der blöde Sandsturm. Oh, komm, schieß das Zeug. Sun-Chan. Komm, mein Freund. Let's go. Der Schlag kam ohne Wartet. Oh, das geht aber nicht auf mich. Okay. Nein, er ist tot. Sun-Chan hat sich zurückgezogen. Ja, der lädt mich doch am Arsch. Macht das überhaupt Damage? Ja, ein bisschen, ne? Habe ich getroffen? Glaube nicht, ne? Oh. Oh. Hoppala. Oh, jetzt kommen die Blitze wieder. Okay. Scheiße. Wieder die Blitze, okay. Schön abgewehrt, das Ding. Ja, okay. Mach mal das Jade-Ding, so man ihn nicht heilen kann. Danke. Ja, Mann. Mann, das heilt ja wirklich mega OP. Oh, shit. Das war jetzt diese gut, aber es heilt ja immer noch. Lol. Fuck. Ey, es heilt sich nicht mehr. Was ist das denn für ein Angriff? Oh, Mann. Okay. Okay. Na, komm. Uh, gut abgewehrt. Zwar relativ gutes Timing gehabt, aber okay. Oder auch nicht. Alter, was für eine Range haben denn diese Scheißblitze? Na, komm. Alter, lass mich doch mal meinen Zauber aktivieren. Ja, danke. Ja, a moment of weakness. Die hast du sehr oft, mein Lieber. Na, komm. Steh auf. Hopp. Steh mich schon fast wegen dir. Siehste? Okay. Warum kann ich den Zauber nicht aktivieren? Ja, und ich laufe in den Wirbelsturm rein. Das ist ja super. Alter, der Boss ist eigentlich einer der einfacheren. Aber ich finde den einfach... Ich komme nicht klar mit dem. Ich komme nicht klar. Okay. Ja, gut. We go again, I guess. We go the fuck again. Okay. Schon mal gut, oder? Ja. Was macht denn deine Scheißblitze? Nochmal. Okay. Ist in Ordnung. Alter, was für ein dummer Angriff, ne? Ja, Mann. Falsch. Falsche Taste gedrückt. Oh boy. Wunderbare Sache. Xinjiang, mein Freund. Come on. Und heilen. Danke. Hallo, jetzt. Guck mal, der ist schon gar nicht... Der Block ist schon wieder komplett weg da. Das, äh... So, dass ich ihn mal angreifen könnte, ne? Das mal. Wobei, die Anzeige hat sich verkleinert, ne? Ah shit, was ist jetzt wieder? Na, komm. Alter. Alter. Na, komm. Sag mal, wie schnell greift denn der jetzt plötzlich an? Ich hab gar nicht so in Erinnerung. Okay. Die Anzeige hat sich auch schon wieder verkleinert. Das ist scheiße. Na, komm. Alter. Da dreht er sich einfach. Das ist ein One-Shot. Warum dreht er sich einfach? Der ging ja gar nicht auf mich. What the fuck? Was ist das denn für ein behinderter Angriff? Oh, Mann, ey. Aber ey, war es gar nicht mal so ein schlechter Versuch, hab ich das Gefühl. Ja. Nehmt mal das Katana. Okay. Sehr gut. Fuck. Heilen schnell, danke. Ich liebe es, wenn ich mich heile und 10 Sekunden später kann ich mich nochmal heilen. Komm, wir aktivieren mal den Kollegen hier. Weil, warum nicht? Okay. Jetzt hab ich ihn abgewährt, ha? Geht er wieder in das Zeugs rein? Oder ist es weg? Ne, ist es weg. Okay. Sehr gut. Nicht gut. Guck mal wieder das Ding hier. Na, komm. Oh, der andere ist wieder tot. Ja, der kann mich am Arsch lecken. Ist ja eh unbrauchbar gefühlt. Perfekt. Alter. Mann, dieser blöder Wirbelsturm. Uh, schön abgewährt. Okay. Mach den hier, danke. Problem ist halt, der Typ hat noch Kummer. Ich bin gefühlt... Ich bin schon so viele Hits reingeballert. Gefühlt. Irgendwie hat's nix gebracht, ne? Perfekt. Soll ich das ohne weitere Hits aushalten? Ja, nicht. Alter. We go again. Zum 500. Mal. Juhu. Juhu. Mach deine scheiß Blitze. Das ist okay. Perfekt. Hallo. Kannst du mal blocken? So, ist doch brav, ha? Und schon wieder tot. Und ich hab nicht immer die Möglichkeit gehabt, mich zu heilen. Super. Wirklich. Geil. Ein super Boss. Mag den. Mag den wirklich. So richtig mag ich den. Ja. Neuer Versuch, ha? Mal diese Spezialfähigkeiten benutzen. Das bringt halt einen absoluten Scheißdreck, ne? Es geht so lange, bis die mal aufgeladen sind. Bis das mal aufgeladen ist, bin ich tot. Alter, ey. Mach das Zeugs wieder. Für mehr Jade. Perfekt. Mann, diese blöden Wirbelstürme. Ringen mich langsam auf. Meine Fresse, ey. Spiel ist nicht so meins, bin ich ehrlich. Spiel ist nicht so meins. Aber ich zieh die Scheiße durch. Ich hab Wanted Dead durchgezogen. Ich zieh auch diese Scheiße durch. Machen wir mal direkt den hier. Ich spekulier halt drauf, dass ich den im Verlauf vom Kampf nochmal einsetzen kann für die Heilung. Ja. Super geblockt von mir. Respekt. Kannst du mal zuschlagen, wenn ich drücke? Ja. Jeder die Blitze, okay. Super, ich zieh nicht mal auf mich. Okay. Er soll da ruhig was planen. I don't give it to you. Oh, Mann, ey. Was ist das denn jetzt? Lass mir doch zuschlagen, Mann. Oh. So, ist brav. Und nochmal. Und jetzt zuschlagen. Bäm, Junge. So, ist super. Und direkte Jade wieder aufladen. Komm. Komm, Mann. Also jetzt wieder für ein Kamikaze-Zeugs dran. Komm mal auf, so durchzudrehen. Heil dich, du Trottel. Okay. Fuck. So, ist gut. Nein, 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 ich bin tot. Ich wollte den Jade aktivieren, als er mich getroffen hat. Ach, Mann. Dann hätte ich den Easy gekillt. Oh, Mann, ist das dumm. Dass er sich dreht und dann kommt. Was ist das für ein dummer Angriff? Wirklich. Droh dumm. So ist es nämlich. Meine Fresse, du. So eine dumme Attacke. Hätte er die nicht gemacht, hätte ich den gekillt. Ja, super Block von mir. Kompliment an mich selber. Ja, komm, mach was. Oder auch nicht. Hier. Ja, und jetzt muss er natürlich weggehen, ne? Ja, schlag ruhig zu. Komm. Ich kann mich heilen. Das kann ich wenigstens easy abwehren. Das ist ja super. Okay, was kommt jetzt? Oh, Mann. Und er hat mich wieder getroffen. Ich kann den Angriff irgendwie nicht abwehren. Ich krieg's nicht hin. Krieg's nicht hin. I can't. I fucking can't. Der Angriff ist mir zu dumm. Ja. Der Angriff ist mir zu dumm. Ja. Komm jetzt. Und meine Armbrust macht halt 0,0 Damage, ne? Ja, super. Hab ich gut gemacht, ne? Perfekt. Ja, soviel zum Ausweichen. Gut, hab ich mich geheilt. Dieser Sun Jian ist so unbrauchbar. Der Typ ist die ganze Zeit tot. Sag mal, kannst du auch was? Außer sterben. Glaube nicht, ne? Ich hab den doch geheilt. Was ist dein scheiß Problem? Steh auf, verdammte Scheiße. Hier. Zweites Mal heile ich dich nicht, mein Freund. Ja, perfekt. Perfekt. Na, komm. Sehr gut. Perfekt. Alter, er kann ja auch mal zuschlagen, jetzt, wenn ich mich schon am heilen bin. Lass mich doch das scheiß Jade wieder aufbauen. Hier wird stürmen. Ja, komm. Der andere ist wieder weg. Der ist schon wieder gestorben. Glaub's ja nicht. Ich glaub's ja nicht, ey. Aha. Hier. Schieß den Mist dran da. Warum hab ich jetzt das Schwert wieder ausgerüstet? Absolut keine Ahnung, Mann. Perfekt. Machen wir halt das nochmal. Aha. Sehr gut. Nicht getroffen. Scheiß, wirbelstürm, ne? Der geht mir wirklich auf den Sack. Kann ich dich endlich mal betäuben? Ja, ungefähr so. Das macht ja wenigstens Damage des Zeugs, ne? Problem ist, ich kann mich nicht mehr heilen. Der andere Trottel ist halt auch nicht mehr da. Also bin ich in diesem Sinne verloren. Na? Absolut verloren. Getroffen? Ja. So einigermaßen. Okay, das ist gut, wenn du das machst. Gib dir doch den scheiß Zaubermann. Machen wir den mal mit der Heilung. Okay. Fuck. Nochmal den. Fuck. Ja. Jetzt macht er diesen scheiß Strahl auch schon wieder, du. Ich glaube, ich bin am Arsch, ne? Ich habe das Gefühl, ich bin am Arsch. Dann macht er immer mehr Blitze. Kannst du doch mal was anderes machen. Ja, zum Beispiel... Das war im perfekten Moment gedrückt. What the fuck? Ja. Ja. Ja, dann. für früh gedrückt. Alter, der blöde zweite Schlag jeweils. Hallo? Sehr gut. Darf ich mal zuschlagen? Ist das erlaubt, oder? Ja, danke. Okay. Ja, dann. Komm mal. Mach mal was hier. Sie ist ja wieder nicht auf mich gegangen. Der ist wieder tot. Ich kann mal in der Pfeife rauchen, Sun-Chan. Aber absolut in der Pfeife rauchen. Komm schon, ich will. Ich wollte mich eigentlich mit dem Jada heilen. Aber okay. Tja. Sun-Chan, ich kann man aber hammerhart das Scheißhaus runterspülen. Also wirklich. Du bist ja der unbrauchbarste von allen Begleitern. Heilige Scheiße, du. Ja, let's get this done. Einen Scheißdreck machst du. Let's get this done. Ich muss dich ja mehr heilen, als dass du... Du bist ja lieber mehr halbtot am Boden und probier nicht zu verrecken, als dass du effektiv kämpfst. Ja, gut. Okay. Kriegt der mich einfach wieder, ha? Akzeptiere ich nicht. Was kommt jetzt? Keine Ahnung. I don't give a shit. Scheiß Wirbelsturm. It's not often I... Was put on... Er hat mich wieder erwischt. Ja, super. Geil, wirklich. Super Boss. Super Boss. Wirklich. Klasse. Ja. Das Spiel kriegt's ja nicht mal hin, wenn man die Tür öffnet, dass man einfach den Bossraum betritt. Das braucht'n Loading Screen. So weit sind wir mit im Spiel. Ja, komm, mach was. Ja. Ja, man. Perfekt. Super geblockt. Aha. Alter, dieser scheiß Wirbelsturm. Das ist ja die schlimmste Attacke, der Wirbelsturm. Das ist schlimmer, als die eine Clown-Attacke da. Ja. Das ist wirklich klasse. So, mach Damage. Komm. Ja, bringt da auch nix, wenn ich Kreis drücke zum Ausweichen, ne? Betroffen werde ich ja trotzdem. Munition hab' ich für gar nix mehr. Was macht er jetzt? Mal den scheiß Feuerball hier. Let's go. Okay. Mach doch den scheiß Zaubermann. Okay. Perfekt. Eilen. Sun-Chan ist wieder tot. Und ich auch bald. Du mit deinem beschissenen Wirbelsturm. Wirklich. Guck mal, wenn der einmal getroffen hat, kannst halt nix mehr machen, ne? Bitteschön. Und ich hab noch nicht mal die Hälfte von ihnen weg. Alter Schwede, du. Ja, jetzt schon. Na, komm jetzt. Sag einfach zu. Oh my God. Okay. Na, jetzt ist Alarmstufe rot wieder. Na, komm. Come on. Bin so gut wie tot, ha? Ja. Geil. I love this game. I love this game. Wirklich. I love it. Ach. Okay. Alright. Let's get this done. Let's get this done. Bixar, hab ich sei eh die ganze Zeit nur tot. Ich werde diesen wahnsinnigen Prediger hier aufhalten, sagt er, ja. Soviel dazu, ne? Du bist ja wirklich ne... Superhilfe, wirklich. Ich hätte mir keine bessere Hilfe wünschen können, ne? Ja, komm. Super. Wirklich. Heilen. Danke. Für nichts, I guess. Perfekt. Komm. Auch mal die Jades-Scheiße hier. Schlag schon zu. Alter, schlag doch zu. Hallo. Perfekt. Komm mit. Steh schon rein da. Und tot. Was? Äh. Bin schon 45 Minuten an dem Boss dran. 45 Minuten. Ja. Nicht irgendwas, was ich mitnehmen kann für mein Inventar oder so. Kampfvorbereitung. Nee, bringt mir nichts. Ähm. Zauber festlegen. Wo sind die grünen zauber? Hier. Hm. Aber das hier. Erhöht bei niedrigem Willen die automatische Erholung und verringert automatische... Das ist ja auch ein Scheiß, oder? Hm. Aber halt hier. Feuer. Komm. Aber warum kann ich... Zeig mal hier. Inventar. Hm. L-Zugriff erstellen. Hm. Sonst so? Höht den Moralrang und den Willensgewinnen. Okay. Lässt aber den Willen langsam schwinden. What? Hä? Hm. Ja. Viel mehr kann ich ja nicht dabei haben, ne? Hier. Nö, ist nix. Steinchen. Komm, dann nehmen wir aber die Steinchen mit. Wurfmesser hab ich auch noch 20. Hier kann ich nix reinpacken. Ja, gut. Okay. Let's try again. Zum... Weiß nicht wie viel mal. Okay. Ja, gut. Ja. Heilen. Scheiß, wie bestürmt, ne? Kann ich hier mich mal heilen ohne... Oh, shit. Okay. Er geht wieder auf Suncan. Oh, man. Perfekt. Komm. Randa. Suncan hat's auch wiederbelebt. Sehr gut. Macht er jetzt? Oh, fuck. Uh, ich hab's irgendwie noch hingekriegt. Okay. Das allerdings nicht. Naja. Gehalt, bin ich trotzdem wieder. Perfekt. Diese Behindertenblitze, ne? Okay. Ja, geh auf Suncan. Das ist okay. So. Aim, Junge. Halt dich. Oh, boy. Oh, boy. Komm, nehmt die scheiß Wurfmesser. Oh, fuck. Was war das jetzt? Was war das jetzt? What the fuck? Was war das jetzt für ein Schlag von oben? What? Sorry, aber das war jetzt ein Angriff. Der Schlag da von oben. Ich dachte, da kommt nachher nix mehr. Und da macht er den Krallenangriff wieder. Sag mal, wie... Aber... Ach, warum rege ich mich überhaupt auf? Warum rege ich mich überhaupt auf? Keiner weiß es. Na los. Ich hab mein Jade wenigstens wieder. Äh, aktivieren was direkt. Aha. Das war ja super. Wenigstens kriege ich jetzt grad ne... ordentliche Kombo drauf, um dann... von nem kritischen Treffer getroffen zu werden. Come on. Oh, Suncan ist ja noch nicht mal tot, ey. Was ist denn mit ihm los? Hä? Na, was ist los? Ja, gut. Ja, soll er ruhig... Oh mein Gott. Soll er ruhig planen. You don't give a shit, okay? Sag mal... Können wir heilen, bitte. Perfekt. Mach mal das Jade nochmal. Dann der Suncan auch wieder. Schön voller HP. Ja, man. Gut. Schön, dass ich die Spezialfähigkeit mach. Und danach getroffen zu werden. Jetzt hab ich Glück gehabt. Okay. Sehr gut. Komm jetzt. Muss es jetzt aber sein, oder? Was kommt jetzt? Keiner weiß es. Blitze. Okay. Hallo. Heilen. Danke. Danke. Okay. Warum kann ich den scheiß Zauber nicht aktivieren? Geht doch. Oh, fuck. So, jetzt hab ich keine Heilung mehr. Ich muss eigentlich meinen Jade, ja. Es wird Zeit für meinen Jade-Angriff, okay? Na, komm. Aber lass mich doch wenigstens auch zuschlagen, okay? Meine Fresse, du. Komm jetzt. Ich triff ihn aber nicht. Aber ich hab ihn, glaub. Ich hab ihn. Motherfucker. Ja, ruhmreicher Sieg, ja. Das war sehr ruhmreich, du. Hä? Du hast glorreich gekämpft? Du bist ja die ganze Zeit tot gewesen. Die Glorie dieser Verkäufe ist all deine, diese Zeit. Du bist ja die ganze Zeit. Wer ist diese Frau der Zeulen? Hahaha. Was ist eine Wurrung? Oh, du. Du hast nicht diese Khi gegründet. Du bist wie ein Militier-Soldier. Die Schwen-Klan-Strength... ...kirrennt das von einem ferocious Tiger. Unsere Schwen-Klan-Strengthen sind für ihre eigene Dominanz. Aber bevor das... ...we werden wir mit dem Militier-Chi-Chi... ...die die Schwen-Klan-Klan-Klan-Klan-Klan-Klan-Klan-Klan-Klan-Klan-Klan-Klan-Klan-Klan-Klan. Ich werde das, oder vielleicht du, meine Stöhne-Klan-Klan-Klan-Klan-Klan. Rival. Wir sind keine Rivalen, mein Freund. Rival. 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 Rival.